Du kümmerst dich um den Malerpart. Du machst den Teppich raus schon mal und fängst mit dem Wandabbruch an. Marc und René machen die Installationsarbeiten. Erstmal Demontage, Heizkörper und Sanitär. Auslegen, nicht vergessen, abkleben und so weiter. Ja, die IBN oder GmbH. Innovativ und Familienbetrieb. Wir machen das Bad aus einer Hand, von A bis Z. Von der Planung bis zur Endreinigung des Bades ist bei uns über den Abriss alles möglich. Hier kann man auch sagen, setzen wir uns ab, indem wir individuell 3D-Planungen erstellen für die Kunden. Des Weiteren bieten wir für den Kunden individuelle Heizungsplanung an, die auf den Kunden darauf zugeschnitten ist. Hierzu haben wir einen Haustechnikplaner, der den Kunden auch mehrere Möglichkeiten offerieren kann, welche Heizungsanlage seine ideale Anlage ist. Wir sind ihr Partner für staatliche Fördermüdigkeiten und Zuschüsse. Da wir gerade das Bad speziell aus einer Hand machen, wir bieten den Fliesenlehrer, den Maler und den Installateur. Das ist natürlich super, wenn man da ein gutes Team ist, dass die Arbeitsabläufe dadurch stark erleichtert werden, wenn natürlich die Harmonie im Team da ist und vor allem die übergreifenden Gewerke alles aus einer Hand kommen. Das ist natürlich sehr, sehr wichtig. Wenn ihr auch von einem anderen hinbe Rund ums Bad.